Ja, danke erstmal für die Gratulation und ich habe mich auch riesig darüber erfreut, dass es so schnell ging. Haben Sie eine Erklärung dafür? Oh je, eine Erklärung, natürlich gutes Training. Dann waren die zwei Läufe, die ich da vorgelaufen bin, 500.000 Meter, zwar nicht so erfolgreich, aber doch sehr wichtig für den Start jetzt hier. Sie haben im Laufbahn sehr viel Pech gehabt, jetzt klappt es. Ja, man kann nicht immer Pech haben. Pech gehabt auch am 1000 Meter? Ja, leider, da bin ich in eine Relle gekommen und ein wenig weggerutscht. Hätte auch noch ein Stück schneller gehen können, aber ich freue mich, dass es jetzt die 1500 Meter so sehr gut geklappt hat. Das kann ich mir vorstellen. Sie haben sich richtig spezialisiert. Ja, für die 1500 Meter spezialisiert, das stimmt, ja. Wann war das? Oh je, in der Englisch, in Vorbereitung auf die Olympiade. Ich glaube, anders ist es heutzutage nicht mehr möglich, außer eine Spezialisierung. Das hat geklappt.